Guten Tag, Katrin, vielen Dank. Katrin, hast du das veranlasst, dass alle irgendwie 50 Meter weit weg sitzen oder so? Ja, ich sag das, dass wir letztendlich auch sind. Okay, also das tut mir leid, das habe ich nicht so geplant. Ich freue mich, ihr könnt mich hören, wunderbar. Könnt ihr lesen, was da steht? Ist das groß genug für euch? Ich sehe Daumen hoch, vielen Dank. Denn ihr werdet in der nächsten halben Stunde, und da muss ich mich sputen, genau hingucken müssen ein bisschen. Denn wir werden gemeinsam uns ein paar Techniken angucken, mit denen man Desinformation entlarven kann. Ich freue mich sehr, dass so viele von euch da sind. Mein Name ist Stefan Voss. Ich bin bei der Deutschen Presseagentur, DPA, in Berlin, im mittlerweile 25. Jahr. Ich war lange Zeit Auslandskorrespondent, ein paar Jahre in Kiew, in der Ukraine. Und dann in Moskau, in Russland danach, in leitender Funktion, in der Politik bei DPA in Berlin. Und seit 2017 Leiterverifikation. Da geht es um den sogenannten User-Generated Content, alles, was Leute über die sozialen Netzwerke verbreiten. Ich habe da ein Team aus Expertinnen und Experten aufgebaut. Wir haben ein großes Faktencheck-Team. Und außerdem bin ich Social-Media-Trainer. Und in dieser Funktion auch heute hier bei euch, um euch einiges zu zeigen. Kurze Definition, wenn man uns das anguckt. Dem Irrsinn auf der Spur, wie DPA mit Faktenchecks gegen Desinformation vorgeht. Zwei Sachen zu definieren. Faktencheck, das ist ein relativ neues Format im Journalismus. Wir bei DPA haben vor knapp zehn Jahren damit begonnen. So richtig intensiv jetzt in den letzten fünf Jahren. Faktencheck, ganz wichtig, ist nicht das, was wir raus sind, dass wir das nochmal prüfen als Journalistinnen und Journalist. Das machen wir sowieso. Faktenchecks sind Behauptungschecks. Das heißt, irgendjemand, zum Beispiel auf Social Media oder in der Öffentlichkeit, stellt eine Tatsachenbehauptung auf. Und wir Journalistinnen und Journalisten überprüfen die. Wir gucken, ist das eigentlich belegt? Stimmt das so, wie das behauptet wird? Wir beobachten in Deutschland, dass vor allen Dingen durch die Verbreitung, durch den Zuwachs bei den sozialen Netzwerken, wir einen enormen Aufschwung von Desinformationen haben. Was verstehen wir unter Desinformationen? Es sind im Wesentlichen Irrtümer, die verbreitet werden. Kommt häufig genug vor. Es sind Lügen. Aber es sind auch wirklich klar strukturierte Desinformationskampagnen. Wir sind der Überzeugung bei dpa, dass man diese Desinformationen nicht mit Löschen beseitigen kann. Viele Plattformen löschen einfach falsche Tatsachenbehauptungen. Das halten wir auch im Interesse der freien Gesellschaft, des offenen Diskurses für falsch. Wir benötigen den Diskurs und der Diskurs geschieht am besten durch Counterspeech. Counterspeech heißt, dass eben diese Falschbehauptungen oder Tatsachenbehauptungen durch Faktenchecks überprüft werden. Was ich schon sagte, stimmt das überhaupt? Ist das überhaupt richtig? Und das werden wir uns im Folgenden mal gemeinsam angucken. Was machen wir in 30 Minuten? Ganz kurz die dpa und ihr Faktencheck-Team. Dann großer Block, schnelle Hilfe, Tools zum Entlarven von Fakes. Da könnt ihr mitgucken, mitwirken. Und als drittes kleines Modul Faktencheck 22, unser Schulungsprojekt für sehr, sehr viele deutsche Medienhäuser in Kooperation mit der Google News Initiative. Darauf gehe ich gleich auch ein. Ich habe hier mal den abgedrehten Onkel mal dargestellt. Ich weiß nicht, ob ihr auch vielleicht einen abgedrehten Onkel oder eine verrückte Tante bei euch in der Familien-WhatsApp-Gruppe habt, die sich vielleicht in den letzten zwei Jahren in der Corona-Pandemie letztlich dann geoutet hat. Da kommen dann Thesen wie, dass die Impfungen eigentlich lebensgefährlich seien oder jetzt seit kurzem die Opfer im russischen Angriffskrieg in der Ukraine sind doch in Wahrheit alles Schauspieler. Na, ihr wisst, wovon ich rede. Das Problem dabei ist, dass sehr viele dieser wirren Thesen sehr schwer auf Anhieb zu widerlegen sind. Also manches ist natürlich total wirr, andere Sachen haben vielleicht sogar einen Funken Wahrheit drin. Und ich glaube, die wenigsten von uns sind so ad hoc in der Lage, das einfach so zu widerlegen. Da fehlen einfach Faktenchecks, da fehlt Material, da fehlen Argumentationshilfen. Und das ist das Interesse der Faktencheck-Organisationen in Deutschland, genau diese Inhalte zu liefern. Denn sonst kann es schnell passieren, dass der abgedrehte Onkel eben sagt, ja seht ihr, da wird gar nicht darüber berichtet, das ist doch ein klarer Beweis. Die traditionellen Medien, die verschweigen hier diesen Skandal oder jenen Skandal. Deswegen ist es so wichtig, dass auch diese Themen aufgegriffen werden. Was ist DPA? Ganz knapp. Wir sind eine der führenden, unabhängigen internationalen Nachrichtenagenturen. Die DPA erhält keine staatlichen Zuschüsse. Als ich 1998 bei DPA begann, damals in Kiew, war mir das auch bewusst. Heute ist das immer wichtiger, gerade auch diese Vorwürfe, wir seien irgendwie medienstaatsfinanziert. Wir bei DPA haben noch nicht mal einen Rundfunkrat. Also absolut null. Das heißt, wir sind im Besitz, unsere Eigentümer sind 170, mehr als 170 Medienhäuser in Deutschland. Also wir sind komplett staatlich, unabhängig, privat. Das ist durchaus wichtig, auch in der ganzen Diskussion rund um Faktenchecks und den Kampf gegen Desinformation. Kommen wir zum Team der DPA. Ich habe das nochmal beschrieben, gegen Fakes und Lügen, das Faktencheck-Team der DPA. Hier mal ein paar Kerninformationen. Ich gehe mal lieber zur Seite, kann man es besser sehen vielleicht. 30 Faktencheckerinnen und Faktenchecker bei uns, bei DPA. Damit haben wir eines der größten Faktencheck-Teams in Europa auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch weltweit in den Top Ten. Also wir sind sehr viele bei uns. Die DPA produziert Faktenchecks in sechs europäischen Ländern. Wir machen das auf Deutsch, auf Niederländisch und auf Französisch. Bislang haben wir, ich habe das am Wochenende nachgezählt, die auch für mich unfassbare Zahl von 4.500 Faktenchecks veröffentlicht. In etwa. Davon knapp die Hälfte, etwa 2.000 einzelne Faktenchecks. Einzelne Faktenchecks zu Corona. Das heißt, wir haben in 2.000 Fällen Falschbehauptungen zu Corona, alles rund um Corona, Pandemie, Impfung etc. widerlegt. Und haben auch schon zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine mittlerweile etwa 200 Faktenchecks veröffentlicht. Wir kooperieren mit Facebook, mit WhatsApp, TikTok und Google. Warum macht das eine DPA? Ja, weil wir auch erreichen wollen, dass eben durch unsere Faktenchecks das massenhafte Verbreiten von Falschbehauptungen durch die Algorithmen der sozialen Netzwerke, der Plattform, dass dieses massenhafte Verbreiten eingeschränkt wird. Wir sind da als Faktenchecker eine Art, naja, journalistische Gutachter, die eben dann durch unsere Analyse feststellen, diese Behauptung ist falsch oder nicht belegt oder nicht begründet. Und dann wird die Reichweite eingeschränkt. Nochmal, wir sind gegen das Löschen von Falschbehauptungen. Und ganz wichtig auch, ein Faktencheck prüft niemals Meinungsäußerungen. Das ist ganz wichtig, Meinungsäußerungen, wie ich persönlich die Corona-Politik von der Landesregierung XY, wie ich die empfinde, ist meine oder persönliche Meinung, das würden wir niemals prüfen. Da geht es auch nicht zu checken. Zu checken sind immer nur Tatsachenbehauptungen, da zeige ich euch gleich ein paar. Wir sind zertifiziertes Mitglied im International Fact-Checking Network. Da oben ist das Logo, da sind wir auch durchaus stolz drauf. Der IFCN ist das Global, das Nonplusultra der Faktencheck-Szene. In Deutschland gibt es noch Korrektiv, kennen vielleicht viele von euch Korrektiv, die Faktenchecker. Und auch AFP Deutsch ist auch zertifiziert und auch als Faktenchecker aktiv. Wir bei DPA hoffen sehr, sehr, dass es mehr deutsche Medienhäuser werden, die sich auch dem IFCN anschließen und sich diesem Zertifizierungsprozess unterwerfen. Kommen wir zum alltäglichen Irrsinn. Einigermaßen zu sehen für euch. Ich weiß es nicht. Dicker Schlauch, langer Schlauch hier. Ich erzähle euch, was zu sehen ist. Ihr seht hier einen Post angeblich von einem Tobias Weihrauch, Bündnis 90 Die Grünen. Und dieser Tobias Weihrauch wird mit den Worten zitiert. Wir müssen bis zur nächsten Wahl unser Bestes geben und so viele Afrikaner und Syrer wie möglich in unser Land holen. Ich kann mir vorstellen, dass der abgedrehte Onkel jetzt in der WhatsApp-Gruppe schon völlig auf der Zinne ist, wenn er das liest. Typisch etc. Dazu gibt es einen Faktencheck mit der Frage natürlich, gibt es einen grünen Politiker Tobias Weihrauch? Nein, den gibt es nicht. Unsere Bewertung bei dem Facebook-Profil von Tobias Weihrauch von den Grünen handelt sich um ein Fake. Die Grünen bestätigen, es gibt keinen Mitglied mit diesem Namen. Nächste Geschichte, immer wieder auch verbreitet, Panikmache, Zahnpasta, Fluoride, gleich Rattengift. Womit putzen deine Kinder die Zähne? Gerade hat die Katharina Nocun Verschwörungsideologien verkündigt. Vielleicht waren einige von euch dabei, ich habe es nicht geschafft. Die Maschen der Verschwörungsideologinnen und Ideologen passt alles damit rein. Auch Panikmache, Faktencheck dazu von dpa. Man müsste also mehrere Tuben Zahnpasta am Tag essen, um das Fluorid irgendwie schadehaft in den Körper reinzubekommen. Ansonsten ist die Konzentration viel zu gering. Kommen wir zu aktuelleren Themen, die der eine oder die andere von euch vielleicht auch schon in der WhatsApp-Gruppe gesehen hat oder sonst wo. Auf dem Foto sei links Fritz Scholz oder Fritz von Scholz zu sehen, ein deutscher Offizier, der Großvater des heutigen Bundeskanzlers. Verbreitet wird diese Behauptung, Fritz von Scholz sei der Großvater von Olaf Scholz in vor allem russlandfreundlichen Telegram-Gruppen. Wenn man sich das genauer anguckt und dazu ist ein Kollege, der heute auch da ist, eigens im Bundesarchiv in Berlin unterwegs gewesen, hat das nachrecherchiert, kommt die Lösung. Fritz von Scholz hatte keine Kinder. Und auch dazu die Großeltern von Olaf Scholz, väterlicherseits, waren Eisenbahner in Hamburg. Oder auch hier, Christian Lindners Opa Gerhard Lindner sei an der Blockade von Leningrad beteiligt gewesen. Gucken wir uns das auch mal an, haben wir auch alles geprüft. Ist nicht der Fall, der Offizier ist kein Verwandter von Christian Lindner. Lindner ist in Wuppertal geboren, seine Großeltern haben eine Bäckerei gehabt in Wuppertal. Nun kann man vielleicht noch sagen, ja, aber jeder Mensch hat ja zwei Großelternteile im Grunde. Ja, aber die anderen heißen nicht Lindner. Also ganz einfache Auflösung. Das heißt, auch dieses Quatsch gab es früher mit Jürgen Trittin immer wieder Nazi-Vorfahren. Unsinn und gelogen. Mit natürlich einer ganz bestimmten Intuition in Absicht. Ein letztes Beispiel hier, bevor wir dann wirklich auch in die Tools und die Methoden der Analyse reingehen. Hört endlich auf, unsere Kinder zu quälen. Es sieht aus wie ein Straflager für Kinder, ist dabei eine Grundschule in Deutschland. Also hier sieht man die Kinder, die gucken wir uns mal gleich genauer an. Da ist dann die Tante, die verrückte Tante auf der Zinne. Grundschule in Deutschland, was tut man den Kindern an? Faktencheck der dpa, das Foto zeigt spanische Schulkinder bei der Einschulung in Madrid. In Spanien herrschen für Schüler strengere Corona-Regeln als hierzulande. Das Foto gucken wir uns gleich nochmal genauer an, auch mit einigen Tools, mit denen man die auch eben als Nicht-Journalistin oder Nicht-Profi sehr leicht entdecken kann und zuordnen kann. Kommen wir zu den Tools. Das sind bei dpa, bei uns im Team, neben vielen wichtige Tools, die wir haben. Zum einen links habe ich euch mal ein paar Methoden aufgeschrieben. Dazu gehört auf jeden Fall, wird euch nicht überraschen, das logische Denken. Das ist total hilfreich, logisches Denken. Sich den Content anzuschauen, ein Foto anzuschauen, mal ein bisschen in Ruhe darüber nachzudenken, nach Möglichkeit, ohne Schaum vor dem Mund, hilft enorm. Bild-Video-Analyse, identisch. Das sind so die Methoden. Schattenwurf, ich weiß nicht, ob wir gleich noch Zeit haben, dann zeige ich euch noch was zum Schattenwurf. Sehr aufschlussreich, vor allen Dingen auch zum Entschärfen von Synthetic Media oder Deepfakes. Und bei den Tools ganz konkret ist das die Fotorückwärtssuche, Geolocation, also das Auffinden von Orten, die dargestellt sind. Und das Internetarchiv. Außerdem Frame-by-Frame, das Abspielen von Einzelbildern, um Schattenwürfe zum Beispiel zu erkennen. Okay, legen wir mal los. Wir schauen uns das Bild nochmal an. Hier ist es. Nehmen wir uns das nochmal größer. Was sehen wir hier? Also in der Tat, hier haben Jungs Schuluniformen an, weiße Shirts, die Mädchen eher blaue Pullover. Also, naja, Schuluniformen in Deutschland eher selten. Ist ja die Behauptung, es sei eine Grundschule in Deutschland. Außerdem so ein Betonfußboden, sehr groß. Hinten die Mauer, der Wald. Also für mich sieht das auf Anhieb bei der ganz ruhigen Analyse eher nicht nach einem deutschen Schulhof auf. Aber wir wollen natürlich auch wissen, wo ist das? Dazu kann man die Fotorückwärtssuche anwenden. Und uns hilft dabei ein Tool namens Search by Image. Das ist ein Add-on. Vielleicht kennen einige von euch Add-ons als Adblocker zum Beispiel. Also Search by Image kostenlos kann man sich installieren bei Chrome oder bei Firefox. Sieht so aus. Wenn man das gemacht hat, sich dieses Add-on installiert hat, dann kann man als nächstes ein Foto nehmen. Rechte Maustaste. Ich spiele das mal im Video ab. Rechter Maustaste. Dann ist das Add-on da. Man klickt all Search Engines. Es öffnen sich oben automatisch mehrere Suchmaschinen vor der Rückwärtssuche. Und dort kann man nach diesem Foto suchen. Und hier findet bei Google ein Artikel von Maldita. Das sind spanische Faktenchecker. Und die haben herausgefunden, dass es sich in Wahrheit um den Schulhof einer Grundschule in Madrid handelt. Also nochmal ganz kurz. Es öffnen sich mehrere Suchmaschinen. Dort wird das Foto jeweils mit Millionen von gespeicherten Fotos auf den Servern der Suchmaschinen verglichen. Man kriegt die Treffer angezeigt. Und gut, jetzt haben die das geschrieben. Das reicht uns natürlich nicht. Wir müssen das selber prüfen. Deswegen, hier ist der Name dieser Schule. Da kommt die Geolocation ran. Also wir geben diesen Namen einfach bei Google Maps ein. Finden diese Ansicht. Und ihr habt das vielleicht noch in Erinnerung. Wir vergleichen das jetzt mal. Links Google Maps, die Schule, die das sein soll. Rechts unsere Aufnahme, die Grundschule in Deutschland. Und wenn wir da kurz drauf gucken. Leider haben wir jetzt gar nicht so viel Zeit. Aber ich denke, ihr könnt es auch schon erkennen. Dann sehen wir Asphaltboden mit Markierungen. Sehr identisch. Wir haben dieses doch sehr auffällige Abdach. Dann diese Mauer mit Zinnen. Und hinten ein Park mit Bäumen. Und anhand dieser Dualität von Landmarks ist schon ganz klar, es handelt sich um diesen Schulhof in Madrid. Ziemlich klar. Außerdem ist der Schattenstand noch identisch. Also das heißt für uns, wir können anhand dieser Beispiele schon ganz eindeutig sagen, es ist diese Schule mitnichten in Deutschland, sondern in Madrid. Kommen wir zum zweiten Tool, was nicht minder wichtig ist für uns. Internet Archives. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Für uns ist das Schlagwort immer Internet Archives. Brisantes Speichern, gelöschtes Finden. Ein sensationelles Tool. Web Archive. Schaut euch das an. Total hilfreich. Für mich ähnlich fantastisch wie Wikipedia. Hier ist ein praktisches Beispiel, könnt ihr euch vielleicht erinnern. Vor ein paar Wochen gab es Wirbel um den Prominenten Finn Kliemann und seine Bekleidungsfirma. Ich bin in dem Fall überhaupt nicht drin. Jedenfalls geht es darum, das ist die Seite Oderso. Da wird, glaube ich, was produziert. Ich kann nicht viel dazu sagen. Jedenfalls steht auf dieser Seite. Wir lassen seit Oderso Gründung in 2018 hauptsächlich in Europa produzieren. Die Frage ist, stand das immer auf der Webseite? Oder ist das möglicherweise, stand der vor ein paar Monaten etwas anderes? Das kann man ganz einfach lösen. Wir nehmen die URL oben, die Webadresse von der Oderso Webseite, packen die in die Wayback Machine web.archive.org. Und dann finden wir mit einem Klick, und die haben irgendwie, was haben sie geschrieben? Gucken wir nochmal, mehr als fast 700 Milliarden Webseiten sind dort gespeichert, gerichtsfest. Dann finden wir Treffer wie diesen am 5. Februar. Und da ist Folgendes zu lesen. Wir lassen seit Oderso Gründung in 2018 ausschließlich in Europa produzieren. Jetzt weiß ich nicht, ob jemand von euch der Unterschied auffällt. Wir gucken uns das nochmal an. Und zwar machen wir eine Reise in die Vergangenheit mit dem Internetarchiv. Im Juni aktuell steht drauf, hauptsächlich im Mai war diese Sendung von ZDF Magazin Royale. Da ging es um Finn Kliemann. Und im Februar hatte eben noch das dort gestanden. Und das können wir mit diesem Tool einwandfrei beweisen, wie der Ort sich zusammen ist. Ich habe 10 Minuten. Ich danke dir ausschließlich in Europa. Das heißt, da ist irgendwas geändert worden auf der Webseite. Warum, kann ich nicht sagen. Aber wir können mit dem Internetarchiv das sehr gut beweisen. Das als wichtiges Tool für uns. Dieses Video habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Weiß ich nicht. Das werdet ihr auch vielleicht nochmal in anderen Kontext sehen. Hier sieht man angeblich Leichen und eine der Leichen raucht. Okay, look at the fake body count in Ukraine. One of the bodies is still having his last cigarette lol. Also die unterschwellige Behauptung damit, glaubt nicht, dass es in der Ukraine vielleicht Tote gibt. Das Video ist auch in einem anderen Zusammenhang bekannt gewesen. Corona-Toter muss hier wohl kurz vor Drehbeginn über die Covid-Leichenberge noch schnell rauchen etc. Typische falscher Kontext-Zuordnung. Wenn man mit der Foto-Rückwärts-Suche hier arbeitet, wie ich euch das gezeigt habe, dann findet man diese Seite TikTok von Vasya Ivanov-Design. Und es handelt sich in Wahrheit um ein Musikvideo zum russischen Rapper Khasgi. Das ist vor, weiß ich nicht, zwei, einem Jahr veröffentlicht worden. Hat überhaupt nichts mit der Ukraine oder mit Corona zu tun. Einfach ein Musikvideo. Und dann wird was anderes runtergelegt und die Leute werden reingelegt. Hier ein Bild. Afrika im Aufbruch nach Italien und weiter ins gelobte Land, wo die Idioten leben. Ich zitiere, wenn wir uns das Foto angucken, sieht das so aus, als wenn da ganz viele Schiffe voll mit Menschen wären, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt. Und das ist die Bildanalyse, von der ich sprach. In Ruhe auf die Dinge gucken. Da sieht man dort einen Mann mit Rettungsweste. Und interessanterweise ist er da auch und da auch und da auch und da auch. Interessant. Hier ist ein Mann mit einem geringelten Shirt armfrei. Der ist da auch, da auch, da auch. Und hier haben mehrere Männer ihre Hand auf dem Boot. Da auch, da auch, da auch, da auch. Okay, ihr seht schon, ich weiß nicht mit welchem Tool, Photoshop oder was auch immer. Hier ist einfach, dass manipuliert werden, um das alles noch viel dramatischer zu machen. Mein letztes Beispiel hier. Flugzeugabsturz in Karachi, Mai 2020. Das ist tatsächlich passiert. Eine Maschine abgestürzt. Kurz Zeit später tauchte dieses Foto der angeblichen Unglücksmaschine auf. Pakistan International Airlines, kurz drauf. Welche Frage drängt sich uns gerade zum Betrachten dieses Fotos auf? Wer soll, bitteschön, dieses Foto gemacht haben? Der Pilot in der Maschine, der dahinter fliegt beim Landeanflug? Der 800 Meter hohe Radartower? Nein. Und damit kommt ganz schnell auch die Lösung vor Rückwärtssuche. Dieses Foto stammt woher? Vermuten einige von euch schon aus einem Flugsimulator-Spiel. Übrigens, die werden immer besser. Ganz wichtig auch beim Ukraine-Krieg oder dem Russischen Krieg in der Ukraine immer mehr auch Inhalte, Fotos, Videos aus Kriegsspielen etc. Hier ist es eben ein Flugsimulator. Da ist die Maschine. Zwei brennende Triebwerke im Realen zum Glück sehr selten. Und zum Abschluss habt ihr euch vielleicht mal gefragt, der Metro-Goldwyn-Mayer-Löwe. Die Älteren unter euch werden euch erinnern. Wie haben sie denn damals brüllend durch das Loch gekriegt? So angeblich oder so? Auch das ist dann mit der Foto-Rückwärtssuche sehr schnell. Der Arme musste dann offenbar in die Tomografie. Der letzte Punkt in meinem Vortrag ist, wie angekündigt, das Projekt Faktencheck 22, das wir gemeinsam mit dem Google News Initiative gestartet haben im letzten Jahr, in diesem Jahr fortführen. Im Kern geht es um digitale Recherche, Verifikation Faktenchecks, zweitägige Basiskurse für Medienhäuser in Deutschland, Vertiefungsschulungen. Wir haben einen Faktencheck-Club auf Slack mit etwa 900 Kolleginnen und Kollegen, die dabei sind. Und eine digitale Lernplattform, die BeFactify, mit Erklärvideos, Handouts und Quiz. Und das alles haben wir mit ganz vielen Medienhäusern in Deutschland gemacht, die da mitmachen. Das Ziel, was wir haben, da komme ich gleich noch zu, sind mehr Faktenchecks. Und das ist mein Appell in die Runde. Ich weiß nicht, ob wir auch Journalistinnen und Journalisten unter uns haben. Einige habe ich gesehen. Wir brauchen in Deutschland mehr Faktenchecks, vor allen Dingen in den Regionen. Das ist ganz wichtig, nicht nur in Berlin und die große RKI-Geschichte, die große deutsche Politik, sondern wir brauchen die in Landkreisen und im Lokalen. Wir haben erste sehr gute Beispiele. Hier zum Beispiel die Mainpost, Bad Kissinger Impfgegner unter der Lupe. Die haben das gefaktencheckt, wir arbeiten mit denen zusammen. Hier ist die Sächsische zu Bautzener Diskussionen. Im Ostwestfalenkreis Höxter ein Faktencheck zum Atommüll-Logistikzentrum. Hier ist die MOZ, kollabieren mehr Sportler, seit es die Impfung gibt. In Brandenburg. In Osthessen, die Fuldaer Zeitung zum wichtigen Thema Behauptungen zu Unfruchtbarkeiten, Erbgutveränderungen. Mindelheim, Augsburg. Dort auch ein Faktencheck zu den Äußerungen. Eben alles im Lokalen, das ist sehr wichtig. Die Ostfriesen-Zeitung hat das gemacht. Der Klaus ist dabei, der Klaus Hock, der auch einiges schreibt zu Reichsbürgern in Ostfriesland und Umsturzfantasien, die es da auch gibt. Sehr, sehr bedrückende Berichterstattung, aber auch existent. Und dann abschließend, das letzte Beispiel, wollen die Osnabrücker Grünen Einfamilienhäuser verbieten? Der Neuen Osnabrücker Zeitung. Antwort, nein, wollen sie nicht verbieten. Aber hier auch, dass die Zusammenarbeit, und da auch nochmal, wie gesagt, mein Appell, wir müssen das machen, wir brauchen das für die Gesellschaft, auch gerade im Lokalen, Antworten für die Leute, sie nicht nur in der Verwirrung lassen, sondern ihnen Antworten bieten. Und da steht die dpa mit ihrem großen Team auch zur Verfügung, unterstützt die Redaktion in Deutschland, um mehr Faktenchecks zu haben, um Desinformationen aktiv auch in den Regionen zu bekämpfen. Zum Abschluss etwas Werbung. Das ist unsere Kooperation mit WhatsApp. Nicht sicher, ob etwas stimmt, fragt uns bei WhatsApp, das ist die Telefonnummer. Also wenn ihr vom Onkel in der WhatsApp-Gruppe oder sonst woher etwas Verdächtiges seht, könnt ihr uns per WhatsApp schreiben und die Kolleginnen und Kollegen im Team beantworten eure Fragen. Ich gehe zur Seite, dann könnt ihr das abnoten. 0160 347 6409, da wird euch geholfen. Damit bin ich durch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Liebe Katrin, jetzt weiß ich nicht, ob es von euch Fragen gibt. Vielen Dank. Ein paar Minuten haben wir noch. Wir haben noch ungefähr drei Minuten und ich sehe auch schon die erste Frage genau richtig gemacht. Einfach die Hand heben, dann kommt jemand vorbei. Warte mal, Sekunde, mein Kopfhörer hier reinnehmen. Jetzt bin ich gespannt. Ich höre nichts. Hi. Ihr müsst mir das irgendwie übertragen. Achso. Soll ich schon? Die Technik. Fang mal an zu fragen und ich versuche das zu übersetzen dann hier rüber. Ja, mich würde es interessieren, ob ihr dann auch nachgeschaut habt, wie diese Faktenchecks ankommen. Also sind dann die Reaktionen irgendwie so, ja, okay, glaube ich. Ja, also die Frage ist, wie kommen die Faktenchecks an? Ihr hört mich auch so, wenn ich so stehe, ne? Ist das okay, technisch? Wunderbar. Die Frage ist, wie kommen die an? Tja, also ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil ganz viele Leute löschen ihren Content sofort, wenn wir den gecheckt haben. Ich weiß nicht, aus Scham oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Wir bekommen häufig Drohmails auch, also die, die, sagen wir mal, im Kaninchenloch schon sehr weit nach unten gekrochen sind, die überzeugst du mit Fakten nicht mehr. Also das ist schwierig in der Tat. Da geht es auch nicht mehr um Tatsachen. Aber wir wissen, dass natürlich auch unter jedem, der sowas verbreitet, natürlich auch in der Verwandtschaft Leute sind, die vielleicht auch verunsichert sind. Und aus deren Kreis kriegen wir auch häufiger Reaktionen. Wir sagen, vielen Dank für die Aufklärung, für die Information, dass ich diese jetzt bekommen habe, die also nicht da völlig verbohrt sind mittlerweile. Das ist ein schwieriges Geschäft, absolut, aber wir brauchen ihn da. Aber es ist jetzt nicht so, dass uns denn die Verbreiter dieser großen Olaf von Scholz-Nazi-Opa-Lügen dann sagen, oh danke, das wusste ich nicht, vielen Dank etc. Das ist eher seltener. Sehe ich hier vorne noch eine Frage? Ja, ich höre dir zu. Ja, ja, ich höre dir zu. Okay, sehr gut. Zweite Frage in eine ähnliche Richtung. Das war die Antwort darauf sozusagen, wie Leute darauf reagieren auf die Faktenchecks. Wie reagieren denn die Unternehmen? Gibt es denn auch Beobachtung, wie gut diese Faktenchecks als kleine Disclaimer funktionieren? Ja. Gibt es auch Zusammenarbeit in dem Bereich sozusagen mit Facebook und den anderen Firmen, wie man das vielleicht noch größer darstellen könnte oder ähnliches? Wie ist da der Start? Ah, okay. Also wenn du Unternehmen meinst, würde ich jetzt erstmal auch Medienhäuser nehmen in dem Falle. Danke dir für die Frage. Die Frage, habt ihr verstanden, wie ist es auf der Medienseite? Wir kriegen von unseren Kunden mit, von den Medienhäusern, die die Faktenchecks machen, die aufwendig sind, dass es in der Regel sehr gut läuft, wenn das regionale Themen sind. Wenn sie das aufgreifen, was in Osnabrück passiert, was in Bautzen verbreitet wird oder auch in Mindelheim, das läuft sehr gut. Ich weiß nicht, ich kann überhaupt nichts zu Facebook sagen, die natürlich auch ein Interesse daran haben. Google und Facebook haben Interesse. Faktenchecks, also tatsächlich die Auflösung auch breiter zu tragen, die wollen natürlich auch nicht schuld sein, wenn Desinformation verbreitet wird. Da bin ich vorsichtig, da haben sie noch viel Arbeit vor sich. Aber das ist auf jeden Fall der Fall. Das läuft gut, aber Faktencheck auch für die, die sich dafür interessieren, ist ein aufwendiges Format. Man muss schon sehr viel dazu recherchieren und es sehr genau herausarbeiten, aber es lohnt sich. Vielen Dank. Wir sind leider wirklich schon am Ende der Zeit angekommen, aber war auf jeden Fall ein super spannender Beitrag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nochmal einen großen Applaus für Stefan Voss. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020